Da ich heute Nacht nichts besseres zu tun hatte, habe ich mal versucht eine Mondfinsternis zu filmen. Gar nicht so einfach, ohne Teleobjektiv. Und so besonders lichtempfindlich ist mein Objektiv auch nicht. Wir hatten einen sogenannten Blut- oder Erntemond, bei dem der Mond durch das Licht, was von der Erde gebrochen wird, oder von der Erdatmosphäre rot aufleuchtet. War sehr schön anzuschauen und die Kamera hatte ein bisschen ein Problem. Sie wusste nicht, worauf sie sich scharf stellen sollte. Deshalb pulsiert das Bild ab und zu ein wenig. Ansonsten war sehr erstaunlich, was für ein Kraftfahrzeugverkehr morgens um 4.30 Uhr stattfindet. Es ist kurz vor 5 Uhr. Ich glaube nicht, dass hier noch großartige Dinge passieren. Der Mond ist rot. Ich bin müde. Kalt ist mir außerdem. Ich werde jetzt ins Bett gehen. Das soll es dann heute gewesen sein. Thema Mondfinsternis. Ein andermal ein anderes Thema. Macht's gut, Leute. Schlaft schön. Bis dann. Tschüss. Bye-bye. Euer Tom Kert.